Ho la 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 Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! So, wie sieht's man denn bequem? Ja. Haben wir denn alles, was wir wollen? Haben wir alles? Ja, ich glaub, das Spiel ist da. Wir haben ein Bier. Wir haben uns ein Bier geholt. Ich hab das Bier geholt. Wird langsam so österreichisch. Wenn ich jetzt österreichisch versuche, dann komm ich irgendwo in Serbien an. Lass uns bei Bayerisch bleiben, da haben wir mehrere Sprachen abgegeben. Ich geb dir einmal rüber. Oh, danke. Schau bitte, wie strategisch ich die Marke überklebt habe. Oh, das gibt's ja nicht. Schau's dir mal in. Hast du mir ein schönes Hefe-Vorheizen? Hefe-Vorheizen hab ich dir. Hab ich dir gebrochen. Ach, sagt man das so? Oh Gott, wir sind wirklich alle. Wenn's so einen Preis gibt für das dilettantischste Bayerisch. Du wärst mich jetzt nicht noch einmal korrigieren. Das wird mir getan. Korrigieren hab ich gesagt, du. Na schau's doch. Weißt du, es ist ein Talent, konsequent schlechter zu werden. Das ist wahr. Der Bulli-Preis für besonders schlechtes Bayerisch. Du hast alles gut. Ja, ich werde irgendwann mal... Ich glaube, ich muss von Hauke mal fragen. Der hatte ja so einen... einen Glasschuh, wo er draus trinken konnte. Den hab ich gesehen. Anstatt so große Hefe-Vorheizen. Wir brauchen irgendwas, wir können ja sonst nicht hier... Darm ist. Nee, das wär ja was für Säufer. Ein Glasschuh ist was für Genüsse. Eben, ja. Ein 3-Liter-Glasschuh, den man drehen muss, damit das Luftglucken einem nicht ins Gesicht... Meinst du, dass der erste Säufer war der Prinz der Aschenputtel? Den Schuh, ja. Der hat ja auch einen Glasschuh. Ja, das war wie so ein Flachmann. War ein Glasschuh vor unterwegs, ein kleiner... Er ist ein Bildnis. Sie wollte einfach... Sie wollte Sekt aus ihrem Schuh trinken. Ich trink jetzt einfach mal. Ja, bitte. Und, schmeckt's? Schuh? Es schmeckt wie... Schmeckt nach Schuh. Ich hab mir ein bisschen Schuh schon auf die Zunge gelegt, damit ich den Geschmack dann reinzuhöre. Irgendwo haben wir hier wahrscheinlich angefangen, gerade mit der Folge, oder? Meinst du? Das hab ich mir auch gedacht. Ja, also es fing eigentlich als... Als ihr uns gesehen habt, waren wir noch nicht wirklich sicher, dass das jetzt der Anfang ist. Aber mittlerweile würde ich sagen, komm. Lass uns zur Safety. Wir machen einmal... Schönen guten Tag. Siehst du? Da könnten wir von hier jetzt einsteigen. Super. Nehmen wir. Aber wir nehmen trotzdem das davor, oder? Ja, natürlich. Jede Minute, die wir produziert haben, ist ja egal von der Qualität. Hauptsache es ist eine Minute. Es ist Gold. Und mit Gold bedeutet, wir haben einfach irgendwas aufgenommen, das wir ausstrahlen können. Spiele mit... Diese Sendezeit muss... äh, darf gefüllt werden. Ja, würde ich sagen, dann lassen wir anfangen, damit wir hier auch ein bisschen was bieten. Gabriel Knight Folge 3. Wollen wir zusammenfassen kurz noch? Ja, können wir gerne machen. Oder hast du das schon als Schnittwerk zusammengefasst? Also finde ich sehr schön, dass du das jetzt nochmal so machst, dann kann ich nämlich auf deinen Text die Bilder draufpacken. Aber der muss das ja immer machen. Du sagst jetzt einmal, dann kopiere ich einfach von diesem und halt das dann raus. Es hat ein zielter Vorteil im Schnitt. Ja, kann ich alles erledigen, ohne dass wir dran denken müssen. Ja, und ich vor allem. Also ich muss dran gar nichts denken. Nein, also Gabriel Knight 2. Ich bin über gerade Schriftsteller, wie er sich nennt. Berühmter Voodoo-Experte. Er hat ein Buch geschrieben. Man kann sagen Schriftsteller und, aber auch Experte für Überse... Natürliches. Ja, aber zum Glück passt das ja aneinander, weil er hat das Buch über Voodoo geschrieben und nicht, dass er Schriftsteller für Trockenmaurerei ist oder so. Ja, aber vor allem jetzt schreibt er ein Buch über Wölfe. Zufälligerweise kommt ein Wolfmann irgendwie in seinem Leben vor. Ein Schloss Ritter in Rittersberg. Ja. Typisch deutsches Schloss. Ja, ich weiß nicht warum der jetzt in Deutschland ist. Vielleicht durch die Ereignisse des ersten Teils. Aber ein Wolf hat ein Drittel Kind gegessen oder zwei Drittel. Und das ist nicht gut und wir müssen es finden. Weil es ist nicht nur ein Wolf, sondern ein Wolpertinger. Ne, das ist wieder was anderes, ne? Ein Wolfmanch. Ne, ein Wolpertinger ist was ganz anderes. Was ist ein Wolpertinger? Wolpertinger aus dem Buch Rumo von Walter Mörs. Das ist eine Rasse von Hunden, die irgendwie klug sind. Von Walter Mörs ist es. Also Rumo ist von Walter Mörs und da kommen die Wolpertinger. Also vielleicht irre ich mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da keinen Quatsch erzähle. Großes, hat mir sehr gut gefallen. Großartiges Buch, Rumo. Wirklich, wer's kennt, der weiß das. Ja, aber jetzt zu was anderem und zwar zu Beast Within. Ich lade mal den Spielstand. Ich habe in weiser Voraussicht vorhin einfach mal ein bisschen durch die Gegend geklickt, weil du weißt ja, wie diese Spiele sind. Wie heißt das nochmal so? Hotspots suchen. Und wir haben echt so viele Items verpasst in der Startgegend. Echt blöd! Sie sind echt blöd! Wie blöd das ist. Naja, wen wundert's? Also wir haben auch nicht wirklich gesucht, oder? Wir waren ja eigentlich, wir sind in die Stadt gegangen. Wir haben uns hingefüllt. Wir haben uns hingefüllt. Aber ich habe hier einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten einfach mal versucht, alles mögliche hier anzuklicken. Und es sind ein paar Items total gefördert. Das habe ich jetzt nicht abgespeichert. Das will ich dir nochmal zeigen. Ja, das machen wir. Ich bin gespannt, was man hier von diesen Pixeln... Weil ich denke, ich hoffe zumindest, weil da etliche Sachen noch dazukommen, dass man dann mehrere Wege vielleicht beim Doktor Faustus oder wie der hieß, dem Wolfskundler... Dem Wolfsspezialisten, ja. Also da steht unser Gabriel mit Plunze und Hose. Hier, du kannst dich noch an den allerersten Bildschirm erinnern. Mhm. So, geht da mal hin. So, was glaubst du, haben wir hier nicht angeklickt? Also wir haben viele Sachen nicht angeklickt. Aber ich würde sagen, was komisch ist, ist die Uhr. Dieses komische Teufelsding mit den Ohren über der... Okay. Das Kreuz hatten wir schon mal angeklickt. Das Kreuz hatten wir, genau. Das Kruzfix. Das Kruzfix. Also Sachen... Den Wählerrouter hier auch. Ja, unsere Taschen natürlich. Ja. Die sind so blöd. Die steht auch wirklich deutlich da. Wir haben die Tasche nicht angeklickt. Das einzige Wichtige im Raum. Ja, wirklich. Guck mal, was da drin ist. Briefe, Dolche, Brieftaschen, Hosen. All das, was man braucht in Bayern. Geisterjägerausrüstung. Ich klicke mal drauf. So. Strapse. Feinere Unterwäsche. Mal wieder zu. Also er hat hier... Wenn ich jetzt nochmal reingucke, dann sagt er... Das ist ja nichts zu dienen. Habe ich schon alles rausgenommen. Wir haben hier zwei Briefe. Übergrausbrief. Aha. Und der... Brief Nummer eins von Grace and Gabriel. Das war unsere Assistentin in New Orleans beim Bücherladen, den wir besitzen. Den haben wir ja schon gelesen. Den haben wir nicht gelesen. Die waren beide in der Tasche. Wir haben aber einen schon gelesen, aber es war ein anderer. Das war hier das hier. Das angefangenen Manuskript, wo er von sich selbst sagt, das ist ja voll geil, was ich geschrieben habe. Wow. Ich habe so einen Anfang. Jetzt muss ich das auch fertig... Ich habe schon die halbe erste Seite fertig. Da muss ich unbedingt was draus machen. Ich kann das genauso schreiben. Ja. Ich nehme ein Stück Papier und schreibe. Wow. Wer hätte gedacht, dass zu Beginn das so ist und am Ende anders. Warum bin ich nur so ein Versager? Warum? Jetzt muss ich nur noch den Rest aufhören. Du brauchst nur noch einen Rest. Im Grunde ist schon ein perfekter Anfang, Gregor. Da ist einiges drin. Den Ritterdorch, den hatten wir auch nicht. Wir können ja mal drauf schauen. Der hat so einen speziellen Namen. Der ist doch aus den Vorgängern, oder? Ich glaube schon, ja. Ein Schattenjägermesser. Ein Schattenjägermesser. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass wir beide jetzt nicht die Gabriel Knight Kenner sind. Nee, das sind wir nicht. Ich habe keinerlei Ahnung. Für mich ist das ein Autor, der nebenbei Verbrechen löst, aber ich weiß nicht, ob das ein wirklich ein Schattenjäger ist, ob er quasi der eine ist, nach dem sie alle suchen. Weißt du was? Ich mache das so, ich werde Kollege Uke kontaktieren, weil der ist sehr großer Gabriel Knight 1-Fan. Hat es ja damals auch ausgegraben für die Sendung. So wie schön als Zombie schminken, weiß ich noch. Und der kommt so wie Schweinchen Schlau, Porky Pig, der kommt ja immer aus dem Bild raus und sagt dann Sachen. Uke, immer wenn wir jetzt irgendwas über Gabriel Knight 1 nicht wissen, wird es ja aufploppen und dann rausgucken und uns korrigieren. Finde ich gut. Die Uke Fakten. Uke Lele. Also Uke, was ist denn dieser Schattenmörle-Dolch? Erklär das mir Uke. Hallo Gregor, das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst nach dem Dolch des Schattenjägers. Also generell würde ich sagen, wir reden hier von einem Meguffin. Also es ist einfach ein Objekt, so wie wahrscheinlich in deiner Familie der heilige Gyrus-Stab oder was deine Mutter dir weiter vererbt hat, was schon seit Generationen in deiner Familie ist. Der hat eigentlich keine großartige Bewandtnis, außer der klingt natürlich besonders toll. Der Dolch des Schattenjägers. Es gibt einen Detail über diesen Dolch, was aufgeklärt wird, das passiert aber erst in Teil 3. Deshalb sage ich da nichts weiter zu, das wäre ja Spoilerei. Teil 3 ist erst vor irgendwie 15, 16 Jahren rausgekommen, das kann man sich einfach so verraten. Da musst du noch ein bisschen weiter spielen. Was habe ich mir da aufgehalten? Ja, lass uns das einmal machen. Einmal. Oder ich habe es rausgeschnitten. Oder ich habe es rausgeschnitten, genau. Aber zumindest, wir haben diesen Dolch. Zum Glück gehen wir nicht in Polizei, oder sind wir noch nicht jetzt zur Polizei gegangen, wo wir den haben. Und wir haben die beiden Briefe, die wir uns angucken können. Den hier, der ist... Von Übergrau, Göffen und Schnell. Von Göffen und Schnell. Übergrau. Keiner von diesen Namen ist ein echter Name. Rechtsanwälte Marienplatz. Marienplatz sind wir gewesen. Aber Sie haben ein Hell Gable Knight, was Gabriel Ritter auf Deutsch ist, im Schloss Ritter. Im Rittersweg 64, im Rittersberg. Ja, Wahnsinn. Aber jetzt mal kurz. Das sind ja noch 5, also das sind ja schon 5 Postleitzahlnummern. Das heißt ja eigentlich, das ist ja gar nicht mehr so alt, das Spiel, oder? Nee. Wann war der Wechsel? 1990, 1991? Das heißt eher, dass der Wechsel schon so lange her ist. Gefühlt, für mich, war der Wechsel von 4 zu 5 Postleitzahlnummern irgendwie 2000. Aber jetzt merke ich gerade... Nee, das war der Euro. Die Postleitzahl... Wahnsinn. Weil ich kann mich noch erinnern, dass die extra nochmal Rudi Carell aus der Mottenkiste geholt haben, um die Postleitzahlenshow zu machen. Ja. Wo er gesagt hat, 4, nicht mit mir! Ja, wir haben schon seit 11 Tagen neue Postleitzahl. Ich möchte mal wissen, im Publikum... Kennen Sie Ihre neue Postleitzahl? Ja. Und zwar? Buchholz in der Nordhade, 21244. Ja, super. Dafür, meine Damen und Herren, gibt es... Dafür habe ich einen RTL-Flaschenöffner für Sie. Ist auch ein Korkenzieher dran und ein Messer. Ist auch noch dran. Ich kann mich noch an fünftes Trümpf... Oh Gott, das war wirklich fünftes Trümpf. Mit Rolf. Döp-döp-döp-döp. Hier kommt Rolf. Und dann war da so eine Hand, die dir erklärt hat, warum 5 viel besser als 4 ist. Ey, wie blöd das so. Man wurde wirklich ernst genommen bei der Telekom, oder? Wie blöd das alles ist. Döp-döp-döp-döp. Hier kommt Rolf. 500 Jahre alt ist die Post. Und doch war sie noch nie so schnell und modern wie heute. Hey, soll ich dir sagen, was modern ist? Wir müssen hier eine Show haben auf Rocket Beans TV, wo wir einfach solche Konzepte, die total out-to-date sind. Oh nein, die Briten haben die Falkland-Inseln überfallen. In Berichterstattung bei Rocket Beans TV. Future Club als Geschichtsstunde mit wechselnden Zeit. Der Kalte Krieg ist voll im Gange. Ey, sag mal, er heißt ja auch noch, ich mein, ist ja nichts Neues, aber Knight. Also wir haben hier in jeder Zeile einmal Ritter. Und ein junger Abraham Lincoln hier drauf, oder? Ja, das ist eher Joker. So ein Joker mit roten Haaren. Du sagst Abraham Lincoln, ich sag Joker. Irgendwas dazwischen. Oder beides gleichzeitig. Oh, das ist Herr Doktor Übergrau. Ich klicke mal drauf. Was will denn der Rechtsanwalt von uns? Liest der vor, oder? Er ist von den Anwälten der Familie Ritter. Also, ich lese mal vor. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Anwalt in München, vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen Probleme... Ja, ja, ja. Kurz nachdem er seine Helium-Infusionen hatte. Ja, ja. München im Februar 1994. Sehr geehrter Herr Knight. Der Titel auf Schloss Ritter und Ihre Ländereien ist nun offiziell beim Landratsamt Rittersperr. Aber ich kann das nicht durchhalten, ey. Doch, doch, du machst das. Zieh's jetzt doch einmal durch. Auf Ihrem Namen eingetragen worden. Dank der von Ihnen zur Verfügung gestellten Mittel ist die Liegenschaft nun mehr schuldenfrei. Die Erbschaftsteuer, die aufstehende Grundsteuer und andere Abgaben sind begriffen worden. Vielen Dank auch für den zusätzlichen Vorschuss und das Vertrauen, dass Sie in die Kanzlei Übergrau höpfen und schnell als Ihre Familienanwälte gesetzt haben. Sollte es noch Unklarheiten oder Fragen geben, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Falls Sie nach München kommen sollten, besuchen Sie mich doch kurz, um dich vorzustellen. Hochartungsvoll, Harald Übergrau. Harald Übergrau. Harry mit dem Ü. Der Harry. Ich finde, das hast du sehr schön gemacht. Ich kann ihn mir so vorstellen. Ich habe ihn jetzt direkt, ich sehe ihn vor mir. Er ist ein bisschen, er hat gern, also er ist ja Familienanwalt, ja. Und er ist aber reingeboren worden in diesen Beruf. Er konnte sich nicht befreien. Er wäre eigentlich viel lieber, weiß ich nicht. Er wäre Freimaurer oder sowas. Freimaurer oder bei Jochen Schweizer den Leuten die Bungee-Seile hätte er gern gemacht. Ganz genau. Er wollte ja Schubser sein, der die dann immer so schubsen wollte. War sein Traum. Aber nein. Aber nein, das Einzige, was er jetzt schubsen, sind irgendwie Anklagen. Ja. Der Weg war vorgezeichnet. Schon die Eltern haben ihn vorgezeichnet. Studium und dann Anwalt. Und dann kriegst du irgendwo eine Anwaltsstelle mit, wie heißt das, wenn du Partner wirst. Achso ja, eine Partnerschaft. Eine schöne Partnerschaft von einer Anwaltskanzlei, einer alteingesessenen München und so, tausend Jahre alt. Die haben schon vor tausend Jahren Leute verklagt. Haben sie gemacht. Aber in diesem Fall haben wir ja gar nichts mehr damit zu tun. Wir haben jetzt einfach nur das Schloss Ritter bekommen, ja? Ja, die gehören uns. Wir haben ja sehr viel Geld wohlgemacht im ersten Teil. Und die haben das Schloss jetzt auf den Namen Knight. Herr Knight. Herr Knight. Gabriel. Ich will nur wissen, ob das nicht ein bisschen, also es muss denen auch blöd vorgekommen sein. Aber gut. Ein paar Leute haben, als jetzt rausgekommen ist die Kunde, dass wir das jetzt hier aufnehmen und machen, uns auch über Twitter und über Reddit ein paar Links geschickt zur originalen englischen Version. Hast du die gesehen? Das wollte ich gerade sagen. Das müssen wir heute noch, in dieser oder der nächsten Folge müssen wir unbedingt noch mal die englische Konfrontation von Gabriel Knight mit dem deutsch-englischen Polizisten... Was wohnst du? Ey, das ist eine Klasse für sich auf ihre Art, ja? Wirklich? Beide sind fantastisch aber eigen. Dass ich das noch nicht wusste bisher, dass es diese Sequenz gibt auf Englisch, die ist so gut. Ich habe wirklich Tränen gelacht, ja? Und die ist wirklich... Also ich weiß nicht, ob sie wollten, dass sie lustig ist oder ob sie unwissentlich total brüllend komisch ist. Aber ihr müsst sie euch unbedingt angucken. Wir werden sie euch zeigen. Wir werden sie euch zeigen. Wir machen das noch. Ja? Kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag, äh... Do you speak English? Nein, ich spreche kein Englisch. Was möchten Sie bitte? Okay, äh... Lieber. K-Kriminal Commissar Lieber. Is he here? Kommissar Lieber? Ja? Wer möchte mit den Sprechern? Wenn... Sie sind... Sie! Me! Oh! Ja! What? Writer. Nein. No books. That's me. No books. Me. Kommissar Lieber, bitte. Kann er hier kommen? Tut mir leid. Kommissar Lieber ist zu beschäftigt. Er hat absolut keine Zeit. Nein! Er kann sie leider nicht sehen. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, mein Herr! Die Tour! Right. Thanks. Bitte. Mehr Kerner. Wir werden wohl noch beim Marienplatz zu Herrn Übergrau hingehen, da werden wir sehen, ob unsere Annahme richtig ist. Ob er nach dem Unfall dann mit der Schaukel, als der kleine Josef, ja, ihn aus Versehen hier die Schaufel ins Sprachrohr gerammt hat. Das macht das immer so. Das muss ja mal als Dekterin zu seiner... Ja, seine tragischen Jugendgeschichten. Werden wir gucken, was es ist. Wir gucken den nächsten Brief einmal an. Weil es wichtig... Ey, danke, dass er keine E-Mails lesen muss. Danke ich jetzt schon mal. Briefe reichen mir schon. Ich erinnere mich. Also, St. George Rare Books, das ist der Buchladen, den er besitzt. In New Orleans, okay. In New Orleans, wo der erste Teil gespielt wird. Und wir klicken drauf, dann werden wir nämlich zu hören bekommen, was Grace zu sagen hat. Gabriel, ich habe gerade die katholische Kirche von einem Wunder unterrichtet. Im Laden hat sich wirklich einiges getan. Wir bringen die Ware unter die Leute. Nun, wie in einem richtigen Laden. Ich warte nur darauf, dass jeden Moment die Jungs von der versteckten Kamera hervorspringen und uns fragen, ob wir Spaß verstehen. Wie es das Schicksal will, ist The Voodoo Murders auf Platz 20 der New York Times geklettert. Der amerikanische Geschmack ist mitunter wirklich erschreckend. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne ein bisschen von dem Geld nehmen, um den Laden in Schuss zu bringen. Einer Frau die Schlüssel zum Safe zu geben, ist vielleicht nicht die beste aller Möglichkeiten. Ich will damit nicht sexistisch klingen. Ich will nur sagen, man sollte jetzt nicht, wenn jemand nach Geld fragt, ihm auch Geld geben. Man muss die Situation genauer bedenken. Wir wissen ja nicht ganz, was ist die Beziehung zwischen Gabriel und Grace. Ist das mehr als Chef und Mitarbeiterin? Erst dann? Soll er sie auch noch bezahlen dafür? Uke, was würde Uke sagen? What would Uke say? Gregor, schon wieder eine sehr schlaue Frage. Also schlaue Fragen kannst du offensichtlich. Grace Nakamura. Das Interessante ist ja, als wir Gabriel Knight im ersten Teil kennenlernen, er ist ein ziemlicher Aufreißer. Er hat seine Lederjacke an, er hat die Stimme von Tim Curry. Welche Frau würde nicht mit ihm schlafen wollen? Er hat einen eigenen Buchladen. Hallo? Sex, ja? Die einzige Frau, die er nicht ins Bett kriegt, quasi, ist Grace. Sie ist seine Assistentin. Und das macht das Ganze eigentlich so spaßig und so spannend, weil die beiden sind so ein Team. Du spürst die ganze Zeit so eine gewisse sexuelle Spannung, die aber nie aufgelöst wird. Weil irgendwie Gabriel kriegt sie alle ins Bett, Grace aber nicht. Aber eigentlich ist er verknallt in sie, aber eigentlich will er auch nicht. Und dadurch hast du die ganze Zeit diese coole Spannung. Die hat im ersten Teil noch sehr gut funktioniert. Im zweiten und dritten, ja, dreht sich das Ganze ein bisschen. Da weiß ich nicht mehr, ob das wie ich... Also muss immer noch sagen, der erste Teil war ein Meisterwerk. Die anderen Teile, da hat vieles ein bisschen auseinander. Aber das ist Grace. Grace ist sein Sidekick, den er nie wirklich kriegen kann. Also ein bisschen wie bei Skulder und Mully, wollte ich gerade sagen. Ich war bei Mulder und Skully. Da ist irgendwas so, da ist so eine Spannung, aber die löst sich nie ganz auf. Und dadurch macht es das Ganze eben auch spannender, weil du sie spürst. Diese Spannung ist einfach permanent da. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Sie ist auch die einzige Frau, die ihm so Paroli bieten kann. Die ihn immer irgendwie ein bisschen anmotzt und ihn die ganze Zeit auch verarscht. Und er lässt das auch mit sich machen. Das würde er von keiner anderen Frau tun. Das kriegt er irgendwie gar nicht hin. Das ist in seinem Charakter. Er ist auf Reißer gar nicht so drin. In Grace funktioniert das. Ja. Das ist Grace. Toller Charakter. Er ist total. Kann natürlich auch sein, dass der Uke einfach nur permanent Milch erzählt. Kann auch sein, dass komplett alles, was Uke erzählt, er stunken und erlogen ist. Ich schicke ihm einfach eine Bitte mit einer E-Mail und er soll es mit seiner Kamera aufnehmen. Ich gucke mir das vorher nicht an. Was dann machst du? Ich schneide es einfach rein. Oder hecke sein Smartphone, nehm ihn auf und ruf ihn an und sag mal schnell folgendes. Sag doch schnell mal das hier. Wenn es schon so weit ist, egal wie geartet die Beziehung ist, lass uns doch zusammen ein Konto haben. Mein Geld ist auch dein Geld. Jetzt, wo er ein Bestsellerbuch hat, will sie auf jeden Fall ein Konto jetzt. Es ist immer so schwierig, wenn ich fragen muss, wenn ich mal neue Topflappen brauche. Heute passiert, ich wollte Geld überweisen, mir wird am Sonntag der Strom gesperrt. Okay. Ja, eventuell habe ich das eine oder andere Mal vergessen zu bezahlen. Ein oder andere Monat? Ja. Und eventuell habe ich dann auch… Ist ja auch Wohl. Irrelevant. Du weißt wie das ist. Ich weiß wie das ist. Die wollen einen fertig machen. Ahhhh. Wer trägt denn so eine Hosen auf? Die wollen einen fertig machen. Du musst doch noch Popcorn machen am Sonntag. Warte kurz. Und ja, wirklich denkst du so, oh Gott ich brauch doch Strom am Sonntag, ich kann doch nicht herkommen, um zu zocken. Und dann habe ich dem Geld überwiesen. und hatte die Karte drin, ja, in diesem Überweisungsautomaten und wollte noch Geld Miete überweisen, weil ich gemerkt habe, oh, fuck, da muss auch noch was geben. Ruf den Typen an, weil ich seine Kontodaten abfragen wollte. Ja. Und das hat so lange dauert das Gespräch, dass meine Karte gefressen wurde. Nein. Die haben meine Karte gefressen, die haben sie nur nicht mal gepiept, nicht mal rausgenommen oder was. Die war einfach weg. Und dann dachtest du, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe kein Geld abgehoben, ich habe keine Rechnung bezahlen können und die Karte ist weg. Und morgen, du weißt, wie es ist, am Freitag bei der Deutschen Bank. Na, vielen Dank. Viel Erfolg, wenn ich da versuche, irgendwie meine Karte wieder zu kriegen. Du musst dich zeitig anstellen, um die Freitagöffnungszeiten von 12.15 Uhr bis 12.17 Uhr. Ja, aber die haben von 9 bis 1, das heißt, ich muss mich um 9 anstellen, damit ich um 1 eventuell drankomme. Ja, ich würde auch gerne mal am Freitag. Vier Stunden arbeiten. Das wäre toll, gell? Ich klicke mal an, ist da noch eine Seite? Entschuldigung, wollte ich nur kurz erwähnen, das hat mich richtig abgefuckt heute. Das war richtig scheiße. Unglaublich, weil irgendwo habe ich hier noch so eine schöne Kirche gehalten, mit Mats dann noch dazwischen geschnitten. Jetzt hätte ich gerne irgendwas, ja, oder wie jemand von der Bank aufgeknüpft wird. Nein, ich weiß nicht. Aber irgendwas, wo jemand von der Bank mal leiden muss. Nach einer halben Stunde bin ich endlich an der Reihe. Mein Finger ist ein Steif von der blöden Batterie. Ich sag jetzt oder nie, her mit der Marie. Der Kassier schaut mich an und fragt, was haben sie? Wo aber nicht der große Zampano ist. Weißt du, was ich wahrscheinlich reingeschnitten habe? Von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Ba-Ba-Banküberfall. Ba-Ba-Ba-Ba. Ba-Ba-Ba. Das weiß ich noch immer. Ich kenne die von Ronnies Pop schon noch. In Formel 1. Wahnsinn. Erste allgemeine Formel. Das war für mich das erste Mal, dass ich mit Humor in Kontakt kam. Und es waren fucking catchy Songs damals. Das war super. Ja, wie eine Fata Morgana, so nah und doch so fern. Wirklich toll, fand ich toll. Geil. Und auf den Platten, mein Vater hatte aus irgendeinem Grund die Platten, obwohl der überhaupt keinen Sinn für Humor hat in dem Sinn. Also der hat sich sowas nie gelacht. Vielleicht hat er es unironisch gehört. Ich glaube, er hat es unironisch gekauft und hat dann gemerkt, ach nee. Und da waren immer so gezeichnete Pinguine, glaube ich. Da waren gezeichnete, ganz viele Zeichnungen. Irgendwie sowas, ja, ja, Eischollen. Eischollen, Pinguine und die Pinguin-Ladies hatten Möpse. Und das weiß ich noch ganz sicher. Der Rest ist mir entfallen, aber die hatten Möpse und die waren irgendwie auch horny. Das hat mich irgendwie ein bisschen angemacht. Weißt du, man geht in den Plattenladen und irgendwas muss dir dein Auge fangen. Wenn du erst allgemeine Verunsicherung, ich kenne die nicht, aber es spricht zu mir, dieses Bild. Es spricht mich irgendwie an, ich weiß nicht warum. Sind die Brüste? Nein. Es muss der Klappentext sein. Die Pinguin-Brüste. Ja, aber selbst, es waren ja echte Menschenbrüste auf Pinguin. Insofern, naja. Es sind wie diese ganz alten Platten, die dann einfach so in der Mitte so eine Brust und eine Brustwarze haben, sodass du deinen Finger reinstecken kannst und dann sieht es aus wie eine Brust. Hast du das schon mal gesehen? Einfach so Plattenmotive. Ach, Plattenmotive. Ja, ja, okay, ich war gerade... Wo dachtest du? Okay, nein, nein, ich will gar nicht dahin. Es waren gerade viele, viele schlimme. Ich habe schon überlegt, ob ich mit der Polizei reden muss. Nein, nein, bei einer Schallplatte in der Mitte das Motiv... Weißt du, bei mir zu Hause, da habe ich Frauen die Haut abgezogen. Und da kannst du mit deinem Finger... Ja. War gerade so, jetzt ergibt das alles einen Sinn, woher das angemacht hat. Ja, jetzt weiß ich, was du am Wochenende immer machst. Erzähl doch mal, Grace, was geht. Deiner Großmutter geht es gut, aber sie vermisst dich. Moseley hängt rum und geht einem wirklich auf die Nerven. Glücklicherweise brauche ich bloß den kahlköpfigen Detective Moseley aus deinem Buch mit seinen ganzen 240 Pfund zu erwähnen. Und dein Freund wird rot und ist in fünf Sekunden draußen. Hier ist alles geregelt und wir warten bloß auf deine Entscheidung. Ich denke, es lässt sich ein Käufer finden, wenn du das vorhast. Ich weiß, du hast Briefe schreiben, aber ich muss wenigstens ungefähr wissen, welche Pläne du hast, damit ich selbst für mich planen kann. Meine Pläne sind deine Pläne. Nicht mal hochachtungsvoll Grace. Die ist schon arrogant, die fragt direkt nach Kohle auf Seite 1. Sie will Kohle vom Buchgeld. Für den Buchladen. Für den Buchladen, aber in der nächsten Seite schreibt sie, ich hätte potenzielle Käufer für den Buchladen. Sag mal Bescheid, ob ich verticken kann, womit sie noch mehr Geld machen kann. Das ist eigentlich bescheuert. Warum soll man Geld reinstecken, wenn man doch schon ein Angebot hat? Wir können ihr einen Brief schreiben, eine Antwort. Das ist ja richtig Adventure-like. Ja, mach das mal. Also diese Videodinger, ich denke sofort an Pornos. Tut mir leid, das ist wirklich mein erster... Ah, es muss ein Porno sein. Auch die Haare von ihm. Ich lasse lieber wissen, dass ich schon wieder an einem Fall arbeite. Ja, das ging schnell. Okay. Zack, 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 zack. Vielleicht schreibt er Blindenschrift oder so. Oh ja, das kann sein. Punkt, 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 Punkt. Oder es ist Ypsum Loren sonst, was steht da immer nur die ganzen Zeit. Da muss ich dran zurückdenken. Ah, ich bin mir heute noch ein bisschen für. Wir waren Klassenreise mit der Schule. Und da hieß es, schreib mal einen Brief nach Hause. Oh, immer dieses, ihr müsst nach Hause schreiben. Dieses gezwungene, ja. Und mir ist nichts eingefallen, weil nichts passiert war. Ich hab einen leeren Zettel nach Hause geschickt. Aber das ist ja wirklich bescheuert, Gregor. Du kannst doch zumindest sagen, hallo, mir geht es gut. Das Wetter ist schön. Morgen gehen wir in ein Museum. Ich habe nur viele Bohnen gegessen. Ich kann mich nicht erinnern, was meine potenzielle Ausrede gewesen ist. Die Buchstaben sind rausgefallen auf dem Weg. Ja, tatsächlich, das ist wirklich. Warum denn überhaupt? Das ist nicht ein Diss. Du schickst deinen Eltern ein Diss. So, seht ihr's, Bitches. Ich hätte euch einen Brief schreiben können. Auf den nächsten zeige ich nur, dass ich es kann. Ich hätte auch einen Brief geschrieben, aber nicht so. Nicht, wenn ich gezwungen werde. Nicht unter Druck. Das sind die Griechen. Sobald von außen Druck kommt, geht gar nichts mehr. Es ist die Klappe zu. Deswegen muss man den Mittagsschlaf frei atmen lassen. Du bist ja ein Kreativer. Wie oft saßt du schon in den letzten Jahren vor einem Zettel und musstest einen 8-Minuten-Beitrag machen? Wie oft? Aber ein simpler Brief von deinen Eltern überfordert dich. Eben. Zum Glück habe ich heute Mittel, die mir dabei helfen. Wollte ich gerade sagen. Wir haben gelernt, wie wir unsere kreativen Juices... Boah, guck mal, ich habe so eine Idee jetzt. Oh ja, die ist sicher total gut. Die wird jeden Schluck besser. Denk noch mal ein bisschen nach. Ich habe noch eine viel bessere Idee. So, wir haben einen Brief geschrieben, den wir jetzt im Inventar haben. Aber es ist noch nicht alles. Warte mal. Ach nee, das ist der Zettel, den wir schon gelesen haben. Okay, wir haben auf jeden Fall das Stich-Stich-Instrument. Wir haben die Briefe. Und das war es aber, oder? Briefe und Messerchen. Draußen habe ich auch einiges an Zeug gefunden. Also auch versteckt in Klickbereichen, neben eigentlichen Klickbereichen. Das finde ich angenehm. Das können wir in Zukunft gerne öfter machen. Dass du einfach zwischen den Folgen den ganzen Ausschuss sozusagen verwaltest. Ich glaube, das wird auch durchaus notwendig. Weil sonst, wir haben beim letzten Mal noch zwar genug zum Gucken gehabt. Aber ich möchte ungern solche Sachen wiederholen wie Ratten. Rats, das B-Bob. Scheiße. Das war wieder das, wo das B nicht erschienen ist. Hier war ein B. Warte mal, bis hier ein B kommt, genau. Ja! Und jetzt. Mann. R, A, T müsste jetzt dann... Ganz rechts ist ein R, aber es ist kein A. Und ein A ist auch... R und T und hier müsste ein A erscheinen. Männer, die auf Buchstaben starren. Ratten! Alles, wir hatten einfach bei Phantasmagoria 1 und 2 manchmal... Stunden und Folgen, die wir nicht wiederholen müssen. Hier, guck mal, neben dem komischen Ding, guck mal, was hier ist. Ein einziger Fußabdruck. Ein Futter. Also der... Mann. So groß wie meine Hand. Ist halt von einem Tier. Hier. Und dann nimmt er weg, oh jetzt habe ich selbst einen Abdruck gemacht. Das sieht halt nicht aus wie deine Hand, das ist noch nicht mal fingermäßig, passt das? Du meinst, er meint die Größe wahrscheinlich. Er meint die Größe, ja so groß wie meine Hand, aber es muss aber ein relativ großes Tier sein, wenn es gleich die Pranke von Christopher Walken Junior hier... Ja. Und wenn er vor allem nur eine hinterlässt, also da muss man so ein Jetpack, muss er so angeschwebt sein und dann einmal Platsch und dann ist er wieder ab, ins All wahrscheinlich. So ist es. So ist es. Er ist kein guter Spurenleser, oder? Der alte Knight. Dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben... Könntest ihr denken, was man hier jetzt machen muss? Weil wir müssen ein anderes Item holen. Um da einen Abdruck davon zu machen. Kann das sein? Was zum Beispiel? Ist es ein Item, was wir noch finden müssen oder ein Item, was wir haben? Was hier in der Nähe ist, was wir schon mal gesehen haben. Das war es nämlich. Ja gut, es muss ja sowas sein wie, ach ja klar, Gips. Das ist natürlich... War doch in der Hütte, gell? Das sieht ja aus wie Zement, glaube ich. Ja, ja und vorne fett Zement. Ja, in Englisch wird es mit C geschrieben, also... Da ist es. Da ist Zement. Ich klicke ihn mal an. Eimer, wir brauchen Eimer! Der frag doch gar nicht. Wer weiß, wem dir Zement gehört. Eins für den Eimer, eins für mich. Eins für den Eimer, zwei für mich. Zement hat mich früher fasziniert. Ich konnt's nicht glauben, dass es... Du meinst, dass es Pulver ist und damit hart? Pulver und du machst Wasser dazu und es wird zu Stein. Das kannst du einem Kind nicht erklären. Ich weiß noch, ich hab Zement immer geklaut bei den Bauarbeitern. Hab ich immer so einfach Zement geklaut. Weil ich gedacht hab, irgendwann baust du dir was draus. Hast du immer mal ne in die Taschen gepackt und dann... Ja, in meinem linken Nasenflügel hab ich's transportiert. Haben Sie hier zufällig irgendwo Zucker? Zucker? Natürlich. Hier, bitte. Tut mir leid, dass er nicht verpackt ist. Möchten Sie auch Sahne? Ähm, nein. Ne, man... Also es waren oft eben diese Zementmischer, ja? Und die Säcke und ich hab dann immer so... Halbleere Säcke hab ich dann manchmal mitgenommen. Ich war ne diebische Älster. Der Junge nimmt schon wieder Zement mit. Was sollen wir mit ihm tun? Ich war ne fucking diebische Älster. Mein Vater hat's trotzdem benutzt, möchte ich dazu sagen. Den Zement hat er benutzt. Um in seinem Garten so einen kleinen Fluss anzulegen. Okay, vielleicht hat dein Vater diesen Trieb gesteuert mit dem Zement, ohne dass du's weißt. ZEMON! ZEMENT! Während du schon lebst, ja? Zement ist dein Freund. Der hat so viel Geld in den Garten gesteckt. Zement wäre nicht das günstigste gewesen davon. Wir schmieren den mal rein, den Zement. Ich mach dieser Baum total fertig. Kein Baum sieht so aus. Es ist... Es muss ein geschnitzter Baum sein als Wasserstelle. Weil das impliziert ja jetzt, wie dieser Pfoterricht da ist. Nur die einzige Stelle, die vom Wasser irgendwie benetzt ist. Deshalb sehen wir den Pfotenabdruck da. Das ist Trinkstelle für was auch immer ist. Ja, was haben die aber für Tiere? Pferde? Da sind ja... Wir sehen... Einen Stall sehen wir ja. Aber wir können nicht rein. Nein. Ich schätze, es sind... Es sind... Kühe? Pferde? Naja, es ist Müllchen. Es müssen... Es müssen eindeutig Kühe sein. Das Weißwurst. Das Weißwurst hier. Das Weißwurst. Die Weißwurst. Weißwurst. Das Weißwurst-Adler ist ja fast ausgestorben. Wegen dem... Hoeneß! Ich seh grad vor mir so ne typische Homer Simpson Rechnung. Ja, wie er so anfing zu denken, die Blase kommen auch. Und das so... Adler plus Messer gleich vier Würste. Ja. Gleich glücklicher Homer. Oh, jetzt hab ich irgendwie auch... Also ich hatte mal ne Freundin in München. In Bayern. Nicht in München. In Hof. Um genau zu sein. Ähm... Und... Da war dann wirklich... Das war dann so... Ich mein, die waren jetzt nicht extrem bayerisch oder so. Aber man hat... Schon gemerkt, wenn du da morgens frühstücken gegangen bist. Da gab's Weißwurst mit süßem Senf. Und sämtliche anderen bayerischen Dinger. Und man hat mir allen erstens gefragt. Willst du da Bier? Also die haben nämlich mal bayerisch geredet. Das hab ich jetzt grad so interpretiert. Aber... Die haben mich gefragt, ob ich ein Bier will morgens. Die Implikation war da. Das ist wie in Russland. Ich war in Russland zwei Wochen bei Freunden. Mhm. Und die haben wirklich... Kein Mist. Mir morgens Wodka angeboten. Also nicht... Nicht im Sinne von Trink, Trink. Wir trinken auch. Sondern... Schütt, schütt, schütt. So. Und dann hat's dann plötzlich ein Wodka morgens in den Zähnen. Ich klicke mal auf das Büschel H, das wir nämlich auch übersehen haben. Unter dem Schilf. Na das ist gut. Das hat ja die chemische Zusammensetzung Natriumchlorid-Ratiopharm. Natrium-Ratiopharm. Natriumchlorid-Ratiopharm. Das ist Salz. Jetzt klick. Er sieht wirklich aus wie ein bisschen so ein junger Christopher Walken, oder? Oder machen es die Haare? Die Haare machen es, ne? Ich finde, im Gesicht ist er älter, als seine Haare suggerieren. Seine Haare sind jünger als er. Jetzt hat er es einfach weggenommen. Den Pac-Man lässt er liegen. Aber er hat nicht mal was dazu gesagt. Nee. Ich kann ja mal raufschauen. Es hat auf jeden Fall Punkte gebracht, ne? Aber es war wohl... Waren das jetzt Vermisste von den Vermissten? Geh einen Moment. Gibt's denn überhaupt schon Vermisste, oder gibt's noch gar keine Vermissten? Doch. Es gibt ja das Kind von den Huberts. Das Kind war's. Deshalb sind wir ja hier. Das ist von den Huberts der Anzug. Der Burm, der mit dem Wollpulli, dem's morgens schenkt, zu Weihnachten. Oh nein. Da hat das Christkind, hat den blauen... Ne, der war rot, gell? Der war rot. Den rauen, roten... Ach, ich hab keine Ahnung. Ich kann kein beiniges Pullover. Ich kann jetzt auch nicht ein Pullover. Es tut uns wirklich leid, wenn ihr vielleicht aus Bayern seid und das total peinlich findet. Oder wenn ihr's besser könnt und sagt, die können's aber nicht gut. Das ist uns alles gleich. Weil wir müssen das jetzt hier machen. Das ist mittlerweile das fünfte oder sechste Spiel mit Bart. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, oder? Genau. Schlechte Witze, schlechte Dialoge, schlechte Akzente, schlechte Spiele. Wir können auch besser, aber wir wollen das Spiel ja nicht neidisch machen. Eben. Ja. Wir wollen ja, dass ihr aufs Spiel freut. In Masarasha Gameplayzio. Ja, wenn das schon mal soweit ist. Spieler mit Bart. Spieler mit Bart. Ähm, der Zement müsste jetzt trocken sein. Kann das mal mitnehmen. Zumindest, ja, äh, ein Wolf. Wolfsmensch soll's hier geholt haben, das Kind. Der Hubers. Aber das lebt doch nicht mehr. Also wenn's wirklich ein Wolfsmensch geholt hat, dann lebt das nicht mehr. Ja, aber. Wenn wir jetzt hier die Pranke. Der Wolfsmensch hat anscheinend keine Sneaker getragen. Hätte mal besser. Hätte mal besser. Nike. Ja. Warum? Ja, aber. Das bringen wir jetzt zum Doktor. Das meinst du, gell? Das sollte es zum Beispiel sein. Ja, und das Büschel Haar. Entweder ist es vom Pullover vom kleinen Kraxelhuber oder es ist ein Kraxelhuber. Auch vom Wolf. Kennst du den Kraxelhuber noch? Der Kraxelhuber, er ist der Kletterer. 70! 70! 70! Herr Kraxelhuber, stimmt das? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Schrei, genau. Und dann fällt er runter, wenn man mit dem Preis überboten hat. Ai, 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 das war sein letzter Schrei. Ai, ai, ai. Geht der Song über ihn. Es gibt von den, ja, von den... Mir fällt nichts ein. Okay, ich kenne den Kraxelhuber nur von der Preis ist heiß. Da hat man eben nicht, wenn... Da gibt es einen Kraxelhuber? Das war so eine Pappfigur, die ist so einen Berg hochgekraxelt. Man muss den Preis raten als Kandidat. Und wenn man da dran ist, also man hatte zwei Kraxelhuber, da haben zwei dann geboten. Und der, der nächsten am Preis dran war, der war oben am Berg näher dran. Aber wenn einer überboten hat, ist der Kraxelhuber oben runtergefallen. Der Kraxelhuber ist runtergefallen. Wie ein Lemming ist er runtergefallen. Da legst du ihn nieder. Das hat er gemacht. Er hat sich niedergelegt. Also wir haben Spaß. Ich habe gerade sehr viel Spaß. Wir sind nicht viel weiter, obwohl... Wir sind gar nicht, wir haben angefangen. Angefangen bei diesem Bild. Wir haben schon eine halbe Stunde. Naja, ich muss es nicht gucken. Nee, ich auch nicht. Aber wir haben 3,30 Punkte. Ich meine, irgendwas haben wir gemacht. Also, andere Leute haben... Die müssen von 33 Punkten einen ganzen Monat leben. Wir haben das in einer halben Stunde gemacht. Warum fährt der... Es ist so dumm. Er fährt, startet sein Auto und als nächstes kommt die S-Bahn. Der Hubert hat gesagt, fahren Sie da hin und von da mit der S-Bahn. Ist mir klar, aber... Das sind wir eigentlich Schwarzfahrer. Weil ich kann mich jetzt nicht in den Sinn in einen Automaten Geld reingeworfen zu haben. Nee, aber er ist ja Promi. Er ist ja Promi, da darf man. Hast du gesehen, wie der Polizist reagiert hat auf ihn? Da war direkt eine Ehrfurcht am Start. Weil wir, sie sind... Wir, sie sind... Sie. Sie. Boom. Ich gehe erstmal Marienplatz, weil da sollte der Anwalt sein. Und ich glaube, den Brief, den wir haben, können wir ins Postamt einmal, weil da haben wir ja auch eins gesehen. Ja, cool, super. Gleich mal... Gleich mal erledigen. Adventure-Elemente mit total banalen Sachen, wie ich muss einen Brief wegbringen oder ich muss irgendwas von A nach B geben. Machen wir mal. Mal gucken, wo der Anwalt ist. Wahrscheinlich hinten bei diesen ganzen anderen Straßen, wo das Postamt beschätzt. Aber hier gibt es ja nur den Uhrenladen. Den Hurenladen. Und im Buamladen. Der Buamladen ist daneben. Warum ist hier die griechische Flagge eigentlich? Nee, das ist die bayerische, ne? Ich glaube, die Bayern haben sich bei den Griechen bedient. Natürlich. Weißt du, warum die griechische Flagge blau-weiß ist? Wegen Bayern. Ach, wegen... Ach, das ist hier hoch. So haben wir. Ja, aber was ist das jetzt für Flagge? Das weiß ich auch nicht. Das ist hier von Senor Spielbergo. Hier, der Hummelmann aus Simpsons. Der ist entweder der Hummelmann... Ah, Nome Gusta. Oder das ist der ADAC. Der Jojo ist grande. Los, verschwinde! Äh, warte mal. Das ist ein Brief mit Haar. Brief von Gabriel an Grace. Achso, das ist unser Brief. Kann ich den einfach hier... Ah ja. Na, abwarten. Mal gucken. Ich sollte besser den Brief an Gracie abschicken. Hm. Ja. Vielleicht geh mal den Brief abgeben. Und beweg meine Stirn noch ein wenig. Ich meine, ich finde ihn eigentlich sympathisch. Aber er hat so komisches Overacting, wenn es um so banale Sachen geht. Ja, also... Hm, Brief, der Brief bringt... Hm, dieser Brief ist aber ganz schön wichtig. Das ist ja so ein reines Greenscreen-Projekt. Okay, zugegeben. Also Schauspieler brauchen ja irgendwas, wo sie darauf agieren können. Und das ist so die Anfangsphase, wo... Das X ist ein Monster. Das da oben, der Typ mit dem X auf der Stirn. Und so weiter. Und der einfach... Okay, ich bin alleine. Ich muss für ganz hinten spielen im Amphitheater. Ich runzel mit der Stirn. Wenn ich den Brief reinwerfe. Wie ist er an sich... Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Also ich finde ihn expressionistischer. Und dadurch auch ein Ticken besser als... Wie hieß der Lappen vom letzten Phantasmagoria? Curtis Crack. Der halt nix hatte. Der halt wirklich langweilig aussah. Langweilig geschauspielert hat. Aber tatsächlich als Person... Wie wir ja wissen, dank YouTube ein netter Kerl ist. Ja, das ist wirklich... Aber halt im Spiel ein bisschen doof. Und der hier hat zumindest, sag ich mal, eine Mimik. Er hat immerhin auch Jane Jensen, die geschrieben hat. Vielleicht ist es ja die Regieanwaltung gewesen. Runzel dein Stirn. Your Stirns. Ja, man sieht es wegen den Pixeln sonst nicht. Häuser, Häuser, Häuser. Und an die Leser denken? Oder was? So, wo ist jetzt der Anwalt? Ich bin... Ne, das ist die Dienerstraße. Entschuldigung, das ist ja... Jetzt sind wir ja schon abgeglitten hier. In der... Auf Marienplatz war es. Ne, da musst du aus der Straße noch rechts raus wahrscheinlich. Ja. Und hier unten hin. Pixelhunting. Marienplatz, oder? Warte mal, ich guck nochmal... Das ist toll, da siehst du es da oben rechts. Da haben die einfach von Photoshop diesen Papierknitterfilter drüber gelegt. Ach, tatsächlich, ja. Das ist Wahnsinn, oder? Die haben das wirklich gemacht. Einfach übers Fenster auch hier drüber. Das ist einfach wirklich ein Billow-Filter, den ich noch kenne von Photoshop. Und hier nochmal drüber, ja, ja. Das ergibt Tiefe. So, übergraus Brief, nochmal gucken, wo ist das doch Marienplatz, ne? 21. Okay. Also, hier kann ich hier den Johnny... Ich meine, wir waren ja schon da. Das kann ja eigentlich nur... Es muss eigentlich nur links sein oder hier noch irgendwo rechts. Ja, einer dieser Plätze ist es. Vielleicht hinterm Uhrenladen. So, mal gucken. Klickbereich, Klickbereich, Klickbereich. Ah, da war es. Da. Aber das ist... Das ist ein Schaufenster. Das ist der Schreibwarenladen. Ein Haufen Nietzsche und Kant. Ich verstehe das Zeug ja nicht mal, wenn ich es auf Englisch lese. So sollte er übrigens dann auch... Aber ich bin stolz auf meine amerikanische Allgemeinbildung. Egal welches Format, das nichts mit Nietzsche und Kant zu tun hat, hier heißen. Ein Haufen Nietzsche und Kant. Ein Haufen Nietzsche und Kant. Das ist so... Das ist so wie meine türkische Tooltime-Sendung. Ja, mit Hackern und Ösen. Wann war die? Habe ich die verpasst? Ne, die plane ich schon seit Jahrzehnten. Die planst du? Ja. Das ist aber gut, oder? Ja. Oder wie die türkische Mystery-Show Lauter Ünütz von Outer Limits. Lauter Ünütz. Ünütz. Das ist alles, was ich habe. Mehr nicht. Na gut, das ist immerhin etwas. Immerhin etwas. Andere haben gar nichts. Andere schreiben Briefe ohne Hinterhalt an ihre Eltern. Okay, hier ist die... Ah, das Glockenspiel, das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon angeguckt, aber er geht da nicht zur Tür rein, sondern... Da müssen auch die Anwälte sein. Ah, guck mal. Hier vielleicht? Ne, das war dieses... Ah. Das ist der Rathaus, sieh sie. Aber ich hätte auch das jetzt gedacht, dass sie hier in der Nähe irgendwo sind. Ja, wo ist denn... Er sagt ja nicht mal Hausnummern, man kann die nicht mal erkennen, die Hausnummern hier. Ja, ist doch Quatsch. Das ist der... Lauf mal nach links. Ach, guck mal, da hatten wir auch noch... Den hatten wir nicht gesehen. Was ist das? Schweizer und deutsche Uhren. Nein. Sind das doch Uhren? Sind das auch? Ich seh keine einzige Uhr, aber ja... Ach, Moment. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Uhrengeschäft und einem Kuckucksuhrengeschäft. Das liegt genau zwischen dem Kuckucksgeschäft. Ich verstehe, ja, ja. Wo die Kuckucks verkaufen. Hier nur Kuckucksuhren. Ja, wirklich? Da ist das... Ja. Glaubst du, die haben eine Rivalität untereinander? Ja, sieh mit der Kuckucksuhren. Ja, der eigentlich... Wir haben hier richtige Uhren. Eine Kuckuckucksuhre kannst du nicht am Armband backen. Ja, aber deswegen. Das ist nämlich Teil der Geschichte. Der eine versucht die ganze Zeit eine Kuckuckucksuhr zu erfinden, die man auf den Arm packen kann. Und der andere wiederum versucht eine Armbanduhr zu erfinden, die man an die Wand hängen kann. Das ist deren Lebens... Klischee. Clinch. Genau. Also die versuchen die Miniaturisierung der Kuckuckucksuhr und die Vergrößerung der Armbanduhr. Parallel. Ja, beide halten das für eine gute Idee. In Möglichkeit braucht keiner beides. Ja, und am Ende kommt Frankenstein dabei raus. Was ist sehr gefährlich? Also ich glaube, eine Kuckucksuhr zu miniaturisieren ist wesentlich gefährlicher, weil pack sie ins Armband. Wie spät ist es? Kuckuck ins Auge gestochen. Ja, aber das ist ja bei einem normalen Kuckuck auch das Problem. Gehst du auch ganz nah ran, um zu gucken? Naja, also das kann passieren. Ich bin sicher, es wurden Leute schon verletzt durch die Kuckucksuhr. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Weißt du, das ist wirklich so ein Darwin-Award, oder? Erblindet durch die Kuckucksuhr. Ey, ich gucke nicht. Ja, ich weiß, ich bin selbst schuld. Nach der Sendung gucke ich gleich mal bei den Darwin-Awards nach. Da diese Tür sieht toll aus. Da war ich noch nicht. Warmer Leberkäse. Schmeckt der warm gut? Ja, zu der Waldlarschicken. Ist warmer Leberkäse gut? Ähm, naja, ist halt warm. Also, ich bin kein Leberkäse-Fan. Gibst du mir eine Scheibe für den Kunden auf die Hand? Gibst du mir eine Scheibe auf die Hand? Eine Scheibe auf die Hand. Na, kriegen wir was? Hoffentlich. Ha! Angebot Hackfleisch, 9,99. Zehn Mark für ein Kilo. Ich wüsste nicht mal mehr, ob das viel ist oder wenig. Das klingt nach viel. Fünf Euro? Für ein Kilo Hackfleisch ist ein bisschen viel, glaube ich, oder? Ja, wobei, heute kosten 500 Gramm, kosten durch ja auch hier fünf Euro. Ja, aber nicht Hackfleisch, oder? Doch, Hackfleisch. Das gemischt beim Lidl. Da steht dann auch immer 4,95 oder so. Womit wird es eigentlich gemischt? Mit älterem Hackfleisch, damit es nicht mehr so schal schmeckt? Ja, das ist so ein Drittel Schweinesfleisch, ein Drittel Rind und ein Drittel, wie du gesagt hast. Ein Drittel Lidl. Ein Drittel Restfleisch, Pferdfleisch, Fusseln, Sägespäne und halt was so rumliegt. Die Fussel aus dem Bauchnabel, irgendwo müssen sie ja hin. Ja, kannst du nicht für 5 Euro 500 Gramm Hackfleisch kaufen und erwarten, dass es dann irgendwie direkt aus dem Rind geschnitten wurde? Ich kann die Schilder hier anklicken übrigens, ja? Ich werde ja bestimmt sagen, ob das jetzt... Entschuldigung, sechs Mark für eine Weißwurst ist wirklich teuer. Nein, nein, nein. Das heißt nicht sechs Mark für eine Weißwurst. Ich weiß, Wurst. Ich weiß, wir haben Wurst. Ja, sechs Mark. Ja, sechs Mark dafür, dass wir Ihnen erzählen, was wir wissen. Weißwurst. Sechs Mark. Und? Ich weiß, Wurst. Hackfleisch. Klingt ja lecker. Schön. Ja, sag mal. Sind Sie mein Anwalt? Ja, das sieht schon geil aus. Guck mal, das sieht schon geil aus. Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon. Blutwurst, Leberkäse, Schweine in herein. War das ein positives oder war das ein... Also mit Schweine in herein würde ich jetzt auch nicht machen. Ja, vor allem warm. Gehören kalt. Aber die geilen Pfefferbeißer davon, die hätte ich jetzt gern. Oh ja, das wäre mal... So eine geile Knackwurst. Übrigens, die sind tödlich. Du darfst nicht so viele essen. Würste sind giftig und bringen die um. Das finde ich voll schlimm, weil ich mag Würste eigentlich. Gerade die, die einen umbringen, mag ich. Warum mag ich immer noch Sachen, die mich umbringen? Ich könnte einen ganzen Koffer mit Landjäger essen. Ich könnte einen ganzen Koffer mit Landjäger essen. Ich könnte einen ganzen Koffer aus Landjäger essen. Dann mach ich den Koffer auf, Kopf rein, ram 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 ram. Und dann durch den Koffer durch. Durch den Koffer. Letztes Mal habe ich einen Koffer mitgegessen. Habe ich gegessen, war bloß der Koffer weg. Ich habe auch so sehen, mal Husten drin gelassen. Deshalb habe ich es auch gegessen. Habe ich alles gegessen. Deshalb stimmt, ich habe meine Shorts gefressen. Sag uns was, sag uns was, Lady. So, was gibt es denn Gutes? Die Weißwurst ist sehr gut. Wollen Sie zwei Würstchen? Wieso gleich zwei? Zwölf Mark. Ich überleg es mir noch. Ich überleg es mir noch. Gib nochmal. Ich glaube, sie spricht kaum Englisch. Außerdem wird sie sicher nur über Weißwürste sprechen. Ja, das ist so. Aber einen Punkt bekommen. Ey, bitte Leute. Wir haben das ja schon ein paar Mal gefordert. In dem Moment, in dem wir das jetzt hier aufnehmen, habt ihr das noch nie gesehen. Genau. Haben wir natürlich noch nichts. Aber ihr könnt uns echt gerne jede Art von blöder, schwachsinnigen Support-Kram schicken. Es wird aller spätestens in einer der nächsten Folgen, wenn dann die Serie läuft, wenn sie ausgestrahlt wird, dann hier gefüllt. Und es sammelt sich ja. Die Leute haben nach der ersten Folgen schon geschickt, nach der zweiten, so wie eine Explosion hier haben. An Weißwurst und... Ja, also bitte keine echten Weißwürste schicken. Auch keine gebratenen oder so. Aber generell, alles Quatschschicke können wir gerne benutzen. Ich wette, dass der Anwalt da ist. Obwohl, da steht Friseur, oder? Ja, aber du bist ja auch in der Wernstraße oder Weinstraße. Nein, ich bin ja auf dem Marienplatz hier. Aber hier rechts steht Weinstraße. Es geht da Richtung Weinstraße hin. Ah. Glaub ich. Warte mal, ich probiere mal. Du, für mich ist das klar. Also ich gehe jetzt erstmal hier rein, weil wir haben heute auch nicht mehr so lange, aber wir gucken da einmal rein. Guck mal, das sieht hier Lohnsteuerhilfe, Hoffen und Schnell, da. Rechtsanwälte, ja Marienplatz 21, das sind sie. Rechtsanwälte, Doktor. Völlig richtig. Und? Was sagt der denn da an? Was soll denn das? Jetzt mal wirklich, weil ich meine, das ist schwarz, gelb und rot in asymmetrischen Konstellationen. Und weißt du, was mir am besten gefällt? Aus seiner Dresshose, ja? Das ist wie bei Martin McFly, wo sie die Hosentaschen raushängen lassen. Der hat eine Hose aus der Hosentasche raushängen. Sieht so aus, gell? Das ist so der Trend bei den Kids, ja? Ja, der Trend geht zur Ersatzhose. Ja, aus den Taschen raus. Ja, damit jeder weiß, wie viel Geld man hat. Wie viele Hosen man hat. Attester, Steuerberatungs, irgendwas? Oh, ich garantiere dir, dieser Pulli ist nicht dein einziges Mal verkauft worden. Friseur Holland oder fieser Holländer? Fieser Holländer, nein, es sind fiese Holländer. Fiese Holländer. Das ist der Neffe vom fliegenden Holländer. Sexy Bundle, was? Ja, jetzt interpretierst du nur noch rein. Bei Netta Industries, ja, jetzt wird es zu klein jetzt. Ich gehe da mal rein. Nein, das rechts ist bayerischer Rundfunk oder so. Hier, da kannst du es besser lesen. Da kannst du es besser erkennen. Ist das schon Full HD? Full HD? Über Gläu, Häufen und Schnell. Ah, das ist ein Mann. Oh, ha, 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 grinsig. Da dürfte die Produzentin mal da rangehen. Am flachen Gabriel Arsch vorbeigucken. Ja, vorhin war der jetzt echt nicht sonderlich hot. Oh, ha, ha, okay. Eine Allianz fürs Leben. Herr Neid? Ach ja. Ja, schicken Sie ihn doch rein. Schicken Sie ihn doch rein, den Neid. Hallo Susi. Ja, ey, das Susi ist, was in ihrem früheren Leben weiß man, in welchem Gewerbe sie tätig war, ne? Kommen Sie doch rein, nehmen Sie Platz. Herr Übergrau. Mann, Sie sind ja noch feucht in den Ohren. Herr ist feucht. Oh, mein Alter. Wissen Sie, ich hoffe, Sie sind nicht allzu enttäuscht. Oh, ich nein. Ich hatte einfach noch nie einen Familienanwalt. Ich habe jemanden wie Liebling Kreuzberg erwartet. Du hast keine Ahnung, wer Liebling Kreuzberg ist. Sie wollen also endlich die Stadt München besuchen, ja? Ja, ich mache ein paar Recherchen. Tja. Was? Ja, ich mache ein paar Recherchen. Recherchen. Danke. Weißt du, mit diesem fantastischen Cliffhanger, glaube ich, haben wir auch ein gutes Ende für die aktuelle Folge erreicht. Übergrau ist alles, nur nicht übergrau. Nee. So jung. Er ist jung und braun. Advokat ist Anwaltsliebling, sah ich da nur. Manfred Kahls? Nein, wie hieß der nochmal? Manfred Kuh. Da würde ich jetzt wirklich gerne mal, weil das ist schon lange her. Ja, das ist schon lange. Können wir die Werbung mal reinzuholen, ne? Ja? Guten Tag, Herr Richtsanwalt. Oh, ob die alte Dame sich einen Anwalt wie mich leisten kann? Hier ist meine Advokat. Sie kann. Herr GV. Advokat, die Rechtsschutzversicherung der Aachen Münchner Volksfürsorge und Turingia. Wo liegt Ihr Problem? Advokat ist Anwaltsliebling. Ah, wahrscheinlich, ich habe einfach nur ein Bild von einem Krug und einem Manfred. Ist auch okay, einfach Mann und Fred und ein Krug. Das passt da gut rein. Passt schon. Ja, wir bedanken uns bei Euch fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es aller Wahrscheinlichkeit nach weiter mit Spielern mit Barts. Wir klopfen einmal auf Glas. Wir trinken eine Weißwurst aus Flüssigkeit. Flüssige Weißwurst, ja. Seien Sie uns gewogen, ja? Das ist ein Ass-Bachen. Das ist kein Barsch, oder? Wenn einem so viel Schlechtes widerfährt. Das ist ein Hefeweizen-Uraltwert. Wir müssten Hefeweizen eigentlich anbieten. Rocket Beans-Weizen. Alkohol. Einfach Alkohol als Pillenform vielleicht auch einfach. Oder Pillen in Alkoholform. Oder jemand, der dir einfach doll auf den Kopf haut. Der vorbeikommt für 25 Euro vielleicht, musst du natürlich Zugticket dazu noch exklusiv. Weißt du, wenn du weiterhin deine Stromrechnung nicht bezahlen kannst, dann wird das durchaus mal eintreten. Ey, lass, ich sollte solche Sachen nicht öffentliche sagen. Aber in dem Moment, wenn das gesendet wird, da ist entweder längst alles... Da ist das eh Posthum für dich. Da ist wirklich Posthum. Wahrscheinlich bin ich einfach erfroren. Oder ich weiß es nicht. Gute Frage. Was war... Ich hab immer gedacht, die dürfen dir den Strom nicht abstellen. Ja, eigentlich nicht, ne? Ne, doch. Ne, was die machen ist, die rufen jemand anderen an und der sagt dir dann, dass ihr den Strom abstellt. Also wirklich so, du kriegst dann von irgendeinem Stromnetz Hamburg, kriegst einen Brief. Ja, ihr Stromanbieter hat uns versichert, der sämtliche Gründe hat, warum wir ihnen den Strom abstellen. Und deswegen machen wir das jetzt. So steht es im Brief. Zahlt eure Rechnung. Das ist der eine Tipp, den ich euch... Das hab ich gelernt, in 36 Jahren Leben Rechnung zahlen. Spätestens ab der vierten Mahnung. Dann wird's eng. Sowieso, jetzt wo ich schon mal gerade dabei bin, sehr mutig, dass ihr Teil 2 spielt. Weil man muss ja sagen, Teil 1 ist ein fantastisches Spiel. Ist ja ein klassisches Adventure. Teil 2 und Teil 3 sind beide eigentlich ziemlicher Schrott. Weil sie beide versucht haben, die jeweiligen Trends der Zeit aufzugreifen. Also Teil 2 ist ja eigentlich ein interaktiver Film. Muss unfassbar teuer gewesen sein. Ist trotzdem scheiße. Teil 3 war dann 3D. Ist quasi unspielbar dadurch geworden. Wenn die alle so geworden wie Teil 1, also klassische Point-and-Click-Adventures mit der fantastischen Stimme von Tim Curry, wäre es kein Problem gewesen. Aber ich konnte mir Teil 2 und Teil 3 echt nur sehr schwer antun. Aber viel Spaß noch dabei.